Wo bin ich nochmal von der Longue ankommen? Aber ich bin jetzt mit meinen Freunden hier auf der Auswahlreise. Vor uns sind wir losgefahren und sind gestern Abend um 11 nach Hause gekommen. Und heute 8. Ich bin in Metten jetzt. Wie ist es der mit der Wolkenstein-Zweimutter? Wackt sind zwei dann auch noch Zucker. Nicht meine Sorte. Dahinter geht der Rollblender. Und das hier ist der Calido. Wer geht hinter dem Calido, der Desperados? Dann kommt lange nichts, dann kommt die Maggio. Zucker. Da ist wieder der Rollblender. Und dann haben wir den Satisfaction-Regelton. Der Bull. Aus irgendwelchen Gründen. Da ist ein paar Geräte. Ja. Das war es um den Karten. Oder der Rollblender. Diese Anbieter. Und die Schläte und die Schläte. Der Dima Jumus auch mit. 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 Der Dima Jumus auch mit.